Verstören Sie die netzlichen Unterlagen über unsere Truppenbewegungen und stoßen Sie an der Kathedrale zum Rest unserer Streikkämpfer. Verstanden. Oberkommando. Oberkommando Ende. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Herr Herz. Oberkommando Ende. Ziel bewegt sich noch. Sitz wieder Einsatzbereit. Aufpassen! Wie? Meldet volle Kampfbereitschaft, Kommandant! Warum kann er nicht einfach Ja sagen? Meldet volle Kampfbereitschaft. Kommandant Spaß auch! www.RE-orientationen-Vercombung-Albig R 2023 Rädigungsgeräusche weightiere Der macht kein Wunsch mehr! Panzerknacker! Niko, schnell! Vorsicht! Scheiße! Komm schon, Stefan! Das ist jetzt echt kein guter Zeitpunkt! Kann jetzt nichts reparieren! Vielleicht! Dauert aber ne Weile! Mit dem Panzerknacker! Ich schlage mich durch! Du bist verbrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch und Blut und Tod. Ohne meine stehlerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichten in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine. Einfach nur ein verrundbarer Mann. Voller Fehler. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe ihn! Get ready to move! Lock, rené! No way! We won't manage that. 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 We'll 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 manage that land. We'll go. We'll manage that. No way! No way! Erledigt. Das war's. Gut, fahren wir zur Kathedrale. Was sind die Befehle, Kommandant? Schermans! Schermans! Anstrengung! Schuss hat gesessen! Wir müssen irgendwas tun! Nehmen Sie weg! Mach irgendwas, Peter! Schröder, schießen Sie weiter! Die Lenkung hat was abgekriegt! Wir sind getrunken! Beschließung der Treffer! Wie kommen Sie voran, Kerz? Nur noch eine Sekunde! Schmerz! 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 Das war's für heute. 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 Hartmann? Dieser Idiot! Halt in den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie wir vorhin. Seine Pflicht? Nein! Er war ein Verräter! War einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier.